Wir sind bei Echo, gebt Unterstützung. Der war verschillt mit der XR. Ich habe aber doch die PKM genommen gehabt. Die XR Revolver. Echo gehört uns. Wir liegen in Führung. Weiter. Wir sind bei Delta, gebt Unterstützung. Die Delta gehört uns. Wir verlieren B. Das sind die Schöne, guck mal. Das sind die Schöne. Wir sind bei Charlie gebraucht. Wir verlieren an Boden. Strengt euch mehr an. Wir haben C verloren. Wir haben die Führung verloren. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier dabei. Ich meine, sie tun ganz gut wie hier nicht. Ich höre nicht, da kommt es gut. Mario, feindliches persönliches Radar. Verbündete Drohne im Weg. Verbündete Vorhine unterwegs. Ach, ich wollte mir sagen, dass sie auf die Däschung kämpfen, ja. Dann rück doch mal vor. Nee, drückt einfach. Verbündete Vorhine unterwegs. Feuerwehr immer noch. Null weg. Feindliche Drohne online. Achtung! Verbündeter Präzision. Verbündeter Clusterschlag näher sich. Na, Feuer! Nein! Nein, da drin geht es nicht. Auf ist das? Ja, ich bin halt nur sie mouths. Baust du auf der Start? Nicht schlecht mehr? Ich habe keine Ahnung, oder ja? Ich hängt nur noch die Auf Mummy, Einladung von implyse Lionel Marschruise 북頻. Achtung. Verbringende Präsentation von der Schachtmann. Sie reden Charlie. Bein, die Schachtmannschaft. Bein, die Schachtmannschaft. Die Schachtmannschaft jetzt. Start forward. Wenn du standen und pumpst, ist der nicht jemand entdeckt. Ich habe mich fast ausgetrickst. Ich habe mich fast ausgetrickt. Ich habe mich fast ausgetrickt. Was ist denn der Panzer zugebaut? Was ist denn der Panzer? 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 Was ist 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 der Panzer? Sehr gut! Der letzte Kill wurde mit einem Spiller und einem Vogel gemacht. Oh, hallo? Oh nee, ich hab schon wieder diesen dummen Bug. Der levelt sich schon wieder nicht. Eigentlich, da wurde gerade Level 20 gezeigt. Eigentlich bin ich jetzt Level 21. Ich bin Frosch. Sie ist ein Frosch. Sie ist ein Frosch. Ich bin 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 Frosch. ja genau ich bin hier die flieger rumba da holt mich raus charlie wird gesichert ich stehe nicht mehr schieße komm schon Ja, Alter, wie wird denn das? Das ist ein Tick, Scheiße. Wir haben Echo eingenommen. Wir haben ein Säge gebraucht. Weint bei Delta, los. Alpha wird... Weintliches Geschütz aktiv. Wir haben Delta verloren. Wir haben Karten verloren. Verbündeter Helikopterschütze finden. Feindliche persönliche Radarzone über uns. Sie verfolgt jemanden. Feindliche Rode über uns. Sie verfolgt jemanden. Feindliche Drohne über uns. Wir haben einen Alpha-1. Die Drohne über die Stabflug. Die Drohne über die Stabflug. Alpha gesiegt. Feindliche Drohne über uns. Wo bin ich denn das Opfer, du Opfer? Verblütete Drohne in der Luft. Feindliche Drohne. Wir haben die Hälfte geschafft. Wir werden bei Alpha gebrochen. Wir werden bei D gebrochen. Wir haben die Ecke für die Ecke. Wir haben die Ecke für die Ecke. Weitliche Drohne über uns. Wir werden bei Alpha gebrochen. Wir werden die Ecke für die Ecke daneben machen. Wir werden die Ecke für die Ecke erhalten. Das ist ein krasser Schlag in die Deckung. Schau, die wird gesichert. Feindliche, persönliche Radar-Drohne über uns. Sie verfolgt jemanden. Feindliche Drohne über uns. Charlie ist sicher. Wir sind bei uns. Sie sind ausgestattet und nehmen Alpha ein. Oh, f*** dich! Delta gesichert. Alpha gesichert. Verabundetarinfanterie-Panzer im Einsatz. Neben schießen. Oh, f*** dich, alter Schreile. Feindlicher ist hier schönste Aktiv. Verabundetarinfanterie-Panzer im Einsatz. Feindlicher Klusterschlag! Das Team bei 10 unterschätzt. Bein bei 10. Bein der Rieter in Einsatz gibt. Verstärkung bei Erbuch. Bein der Rieter in Einsatz gibt. Verstärkung bei Erbuch. Bein der Rieter in der Rieter. Die Rieter sind sicher. Die Rieter sind sicher. Die Rieter sind sicher. Die Rieter sind sicher. Die Rieter in behavioral Das war's für heute. Das war knapp. Wir brauchen Aufklärung. Erbitte Überflug. Verstattet. Falcon 3.0 ist unterwegs. Verstattete Drohnen. Starte Überflug. Wir halten Bravo. Persönliches Radar ist bereit für Escortet. Gut. Wir haben Alpha verloren. Jedes Falcon 3.0 ist aufgebraucht. Jetzt kommt er wieder. Jetzt will er sich schnell. Jetzt kommt der Panzer wieder. Feindliche persönliche Radar Drohne. Sie verfolgen jemanden. Wir nehmen Alpha ein. Auf Verstärkung bei Delta ein. Verstanden. Falcon 3.0. Feindliche persönliche Radar Drohne über uns. Sie verfolgen jemanden. Verschüttelt der Präzisionsdruck. Akkord Acht. Sie veröffentlichen Bravo. Der Fakir. Der Fakir. Alpha gehört uns. Alpha gehört uns. Geht unterstückt. Schießt der Ruf, auf einmal kommt er von links Linkseite und zieht er nicht so schnell rüber wenn er schießt Du wirst der Beste, wie alt bist du? Haha, ich bin 13 Sieh, du können wir vorne zusammen spielen, bitte Achso, hi Kevin Ja, ich bin 13 Hier sind wir in der Kurve, das sind wir vorne Ich hab von ihnen Ich hab von ihnen Ja, ich bin dran Aua! Aua! Also, so... Ich glaub dich mit RDA, ja. Hier hat eben irgendjemand random gefragt, du, äh, irgendwie du bist der Beste oder wie alt bist du? Ist doch gerade. Ist doch gerade. Ah ja, okay, gut. Aua! Seid du doch mal in der Lobby, bei der du da unten in der SZ-Piiiip hörst. Ja, ja. Jo? Was? Moin, moin. Hi. Spielst du das neue Modern Warfare? Ja. Geil, Digga. Das ist das Spiel, Digga. Ich hol's mir auch morgen. Morgen erst? Jo. Morgen erst? Ich bin halt vier Tage jetzt weg. Dann komm ich wieder zocken. Dann können wir zocken. Moin Warfare, wenn du willst. Okay. Kommst du fort nach? Ähm, also, ich bin gerade, weiß schon. Was denn? Weiß schon, was ich gerade mache. Live Stream, ja. Ja, siehst du? Also, zu deiner Frage kommt die Antwort. Mano. Jetzt fängt dann zu weinen. Spaß. Was denn? Also, können wir nicht mit zusammenspielen jetzt? Äh, frag doch deine Eltern, ob sie es dir jetzt holen. Ja, wahrscheinlich. Auf und jetzt. Ja, dann läufst du doch. Holst du doch. Echt, das ist ab 18, oder? Ja. Ja, wie soll ich's mir holen? Hm. 16. Du, du gibst dich jetzt 18 aus. Das kann sogar klappen, weil ich wie 18 aussehe. Hm, 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 hm. 20 LMG-Kills, fehlen mir nur noch 8. Da reichen 3 Nahkampf-Kills. Ah, ja. Ich bin, ich bin dann in den letzten, nächsten 4 Tagen auf der Switch online. Äh, und da können wir auch zusammenspielen, okay? Ja. Also, Hartz IV spielen, ja? Weil ich weggehe. Meine Eltern. Was hat mich jetzt interessiert? Halt dein Maul. Auf Spaß. Mann, aber komm mal bitte fort. Nein! Mann! Es ist mir leid. Kinderheim. Wie lange haben wir... Okay, wir machen, äh, in dir... Du machst jetzt bis 9 Uhr noch Livestream und dann kommst du fort mit. Bis 9 Uhr? Ja. Was wenn nicht? Bitte. Ist nur die Frage, was wenn nicht? Ähm... Egal, dann bist du trotzdem ein guter Freund. Also nicht gut. Mann... Die Leute, ich frag doch mal, was wir heute noch richtig spielen wollen. Prestige? Bei dir hört sich das mal so witzig an. Prestige? Frag doch dein Vater, ob du um 9 Uhr den Livestream ausmachen kannst und mit mir spielen kannst. Und du bist ein bisschen früh. Digga, was ist denn früh, Digga? Ich laber mich nicht voll, Alter. Du sollst ihr Zimmer aufräumen, hat Papa ja sagt. Ey! Ich muss kein Zimmer mehr aufräumen. Er sagt, er muss kein Zimmer mehr aufräumen. Geh im Frühstück essen, sagt er. Hab ich auch schon. Hat er auch schon. What the fuck? Oh mein Gott! Dann soll er mit deinen Schwester mal ein bisschen spielen. Ja. Da bin ich auch der Meinung. Mann! Okay, spiel doch mal ein bisschen mit deiner süßen Schwester. Ne, hab ich heute schon. Ich hab alles schon erledigt. Dann fieße ich mit deinem Versuch. Diesmal bin ich im ganz linken Helikopter. Ne, ganz rechten. Ne, ganz rechten. Ne, ganz rechten, oder? Äh, Sido, kennst du die Jacken? Wo du in der Zone bleibst, mit dem Fischen dich die ganze Zeit heilst? Kennst du die Jacken von Stand abgehst? Ja. Können wir die auch machen denn noch heute? Wenn ich mal Bock drauf habe, vielleicht? Nein, wann bitte um 9 Uhr? Frag immer. Hört dein Vater mich? Du sollst Blumen gießen draußen? Ich soll ein Blumen gießen. Du sollst Blumen gießen. Ja du sollst Blumen gießen. Naja. Ah, mein Vater bestimmt schon erledigt. Das Gemüse zu gießen, ne. Er hat gesagt, es hast du bestimmt erledigt, das Gemüse zu gießen. Ja du. Äh, nein, das stimmt nicht. Silo lügt, Alter. Ich hab gesagt, mein Vater. Nein, nein, du hast gesagt, mein Vater. Nico, jetzt musst du ihn dafür hauen. Ja, hör dich nicht. So. Kevin, er ruft gleich den Vater an, also glaubt er. Kannst du doch mal fahren und dreckige Drecksnutter? Sido wieder, Sido. Sido wieder, Sido. Sido wieder, Sido. Okay. Ah, Joach. Irgendwann hat er mit. Ab ihm, Herr. Ich hab ihn und der mit mich. Sido, komm jetzt. Kevin, nein. Willst du mal mit Nico reden? Der ist auch grad da. Papa würde schon nicht hören. Ihr werdet bei Charlie gebraucht. Ach, ist klar. Kevin überlegt sich, ob sein Vater mit dir reden will. Ich hab meinen Vater gefragt, ob er mit deinem Papa reden will. Ich hab nicht gehört. Ich sag, dass er jetzt mir überlegt. Ist mir egal. Ich sag, ob du es dir überlegst. Ne. Ich sag, wenn nicht, dann nicht. Du sollst losgehen und die Kauf durch die Gruppe. Ja, ich mach das morgen. Chill doch. Er hat gesagt, er macht das morgen. Papa, wie sein Schild. Ich krieg den auch noch. Und dann krieg ich noch viel. Dann kriegst du noch was? 50 Prozent. Okay. Okay. Aber sag, morgen ist es zu spät. Dann ist es schon fast. Ich weiß es nicht so was. Ja, wahrscheinlich. Ah! So, macht aber das. Und dabei ist Eli sogar gestürzt. Geiler Moment. 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 Moment, Moment. Ich hab mir das. Spiel denn bitte so'n Kack. Ja. Machen wir auch. Fang jetzt ja an, nicht an zu weinen. Spaß. Du weinst gleich, mein Freund. Ich kasse dieses Neid. Mein Gott, Digga, wie viele Gegner sind da. Aber trifft er für sie ja gut. Was? Welche? Ne, falsch. Danke, dass wir den Kill gelassen haben. Wir haben alle so Glück, Alter. Was will er jetzt? Deine fette Mutter. Der ist scheiße. Der nimmt sich Jizzles und hat nicht mal Eier. Hast du den Typen in die Freundschafts-Anfrage genommen? Jizzles? GZ und UZ? Ja, wenn er nur reinkommt und sagt, deine Mutter, dass ich das nicht verstehe. Bin grad dabei. Kannst du voll essen? Kannst du voll essen? Oh, 9 Uhr fang ich erst an, warm zu werden. Mal, nein. Ja, ja, hab ich. Ja, mach mal wieder reißen. Bei der Zeit, wenn wir rausstellen, wo wir das nicht mehr brauchen, ist scheiße. Die wissen ja, warum. Weil so dumme Kinder reinkommen und dauernd nur sagen, deine Mutter. Das ist doch deine Party, du Kek. Ist mir doch ja, ey. Sieht aus, als würde ich sowas tun? Ich hab's ja jetzt gemacht. Das Spiel. GTA, The Monthly, das beste Spiel und Rainbow Six. Das war ein super Spieler. Du Rainbow Six bin ich der heftigste, Alter. War das jetzt so? Du Rainbow Six bin ich der heftigste, der Raser hier. Ich will jetzt sagen, da hat jemand nuklear geschafft, aber da hat keiner 30 Kills. Ey, der levelt sich schon wieder nicht. Welch level bist du Fortnite? Das Level, was levelt. Welch level bist du Fortnite? Ich hab den Einsatzschild freigeschaltet. Hallo? Ja? Welch level bist du im Fortnite zum dritten Mal? Oder welch level... Hast du Rainbow? Ja. Das müssen wir mal zusammenspielen wieder. Was, was wir noch zusammenspielen können? Ja, nichts. Doch. Fortnite. Wenn du mir grad gehörig auf den Sack gehst. Das Spiel backt noch ein bisschen. Das kann ich mich schon mal merken. Warum zockst du denn nicht eigentlich hier und ich auf der anderen? Stimmt. Der andere ist ja bestimmt schon fertig. Oh, da oben fliegen sie. Die Helikopterarmee. Da oben fliegen sie. Ja. Vier Helikopter. Ich hab dir die Panzer geklaut, Dr. Eagle. Oh, ich hab grad ne mythische Kiste bekommen und einfach ne goldes Sniper rausbekommen. Eine mythische Kiste? Ja. Ich dachte da an alle Kiste. Ja. Ich dachte da an alle Kiste. Vielleicht ist mir so dumm schaffend wie ein Sniper und ein Sniper und ein Gebrüscher. Ich hab einen Panzer zerstört und einen MTV zum Bremier gebracht. Ich will also schon mal Jute kämpfen. Nur in 1 gegen 1 zu 0 ist bin ich richtig scheiße. Wir haben Charlie eingenommen. Wir haben Charlie eingenommen. Da hab ich kein gutes AIM. Verstehst du das nicht, Meiner? Ja. Okay, ich hab alle Hops genommen grad. Du, du bist alle Hops? Ich bin alle Hops. Sprengst du, tötest der. Ja, so ähnlich. Oh, ich bin fast an meiner eigenen Spucke verreckt. Ich bin fast für Schacht. Ja. Oh. Verbündete Drohne ist in der Luft. Was? 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 Wenn ich die abgeschlossen hätte, hätte mich vielleicht ein bisschen andere aus der E-Kribiechen abstichen, weil dazu gibt's ja Sounds. Da wär ich schon selber umgebracht worden. Ist das jetzt ein richtiger Hebel? Ich hab mein Zuwiderrecht gezielt. Digga, wieso müssen die immer finischen, man? Frag sie doch, wer gerade rumgeschrien hat, warum die immer alle finischen müssen. Was willst du denn, dass ich... Nee, nicht 100 Jahre, 200 Jahre. Ich muss Arena spielen. Na gut. Arena-Nutte. Ah, komm, war da ein bisschen Gegner. Gut, dass du mich zur Seite absetzt und nicht nach vorne. Das ist schon mal ein schönes Spiel. Okay, zwei Gegner sind ja nicht so voll. Ich hab Schiss wie noch nie. Könnte grad mir in die Hose kacken wie noch hin. Ich muss halt auch ein bisschen kommentieren, Baba. Muss ja auch spannender rüberkommen. Was ist das? Feindlicher Clusterschlag im Anziehen. In Deckung. Soll ich mich fertig. Ja. Wieso kriege ich nicht? Einen Meter. Oh, Kekse. Was ist denn der Schuss? Was ist denn so? Kappaklaus Koppaklaus Koppelhaus Koppelhaus D15 Koppelhäuser Koppelhäuser Gucken wie weit ich kommen Gucken wie weit ich kommen das ist die geheimwaffe du willst mir sagen dass der schneller schießen kann als ich verbündeter impfand auf die fahrzeuge ein das ist eine hurra Verbündeter Präzisionsluftschlag ist unterwegs. Wir nehmen B ein. Habe ich ihn jetzt noch geholt? Ne, kritische Schalen. Wir haben jedenfalls in Rahmen gefahren. Da, 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 da. Feinde haben Schale genommen. Feindliche Drohnen über uns. Oh mein Gott, Alter! Oh. Der war hartnettig, der Gegner. Feindliche Drohne über uns. Kontakt. Alter. Wer nennt sich bitte das Lied? Ein Schwuler. Wir nehmen A ein. Boots. Abgestaut. So peinlich, dass es weh tut, Alter. Das Lied. Was für ein Lied. Der Sterbenslied. Warum bin ich immer der, der gesnipet wird in der Gruppe? Egal was für ne Gruppe ist, ich bin der, der gesnipet wird. Wir nehmen Charlie ein. Feindlicher Präzisionsluftschlag hinten vor. Ein Schuss. Wir nehmen Delton. Wir haben Delton. Wir haben Delton. Wir haben Delton. haha gegner stimmt hier wie zerstört war selby geschluckt denn der man das gibt es nicht glaub mir kein bock mehr auf dieses spiel alter fragt einfach nur noch ab das ist mir jetzt das beste eigentlich für spiel nur noch abfuckt schon vor zehn jahren herausrissen vier finuten ist es neun uhr ja ist mir egal mann wie du ein blutzer alter mann keller du kannst mir nicht beim spiel spaß nehmen oder kannst du boah was das für ne die geht ja richtig auf transen wir nehmen charlie ein guter treffer da sind noch mehr feindliche persönliche radars ey das sind doch richtige transen alter weißt du ein kill sind da kommt von der seite drei stück die die Schusshaft. Nein, wir haben nach unten. Wir haben C eingeführt. Feinde bei Echo. Los. Verbrünge teilen. Nachlicher Klasterschlag im Anflug. Keine Deckung. Feindliche Persönlichkeit. Ja, hör doch mal auf zu schimmeln. Egal, wo ich hinlaufe, an jeder Ecke schimmelt jemand. Ja, du schimmelst auch. Dein Gesicht schimmelt auch. Da kann ich dir leider nur zustimmen. Ja, komischerweise. Jetzt schimmelt ja keiner mehr. Ja, ruhig hier raus. Ich kann nicht mehr. Ey, nee, nee, die Geist... Nee, Alter, ich fass gleich aus. Ich fass gleich aus. Ich kann nicht mehr, Alter. Sag nicht Nein zu deiner Bestimmung. Ich kann nicht kurz nicht hören. Feindlicher Infanterie-Fanzer greift ein. Feindliche Staten. Los. Feindliche Drohne für uns. Wir kontrollieren eh. Feindliche Heli-Unterschützung in der Luft. Feindliche, persönliche Radar-Drohne in der Luft. Feindlicher Clusterschlag im Angriff. Wir kontrollieren Alpha. NTV. Da hat es doch richtig Glück gehabt. Wir werden bei Alpha gewandt. Verbündete Drohne ist in der Luft. Wir sind in der Hüter. Versprochen, Berisch, Moszli. Versprochen, versprochen. Versprochen. Wir haben C verloren, Feinde übernehmen Eko, wir verlieren die Kontrolle, verbündetes Schildgeschütz eingesetzt, wir sind in Führung. Ähm, Marcy, ja kannst du gerne. In der Ecke fragt, ob er mitzocken darf. Ich hab ja gesagt. Feindliche persönliche Radar-Done in der Luft. Dieses Treppenlaufen, ey. Der Maul hier. Nein, okay. Feinde bei Delta, not. Feindliche Tronin. Verbündete, Global-raftatensans, wir haben Eko ein. Bravo, Eko ein. Bravo, Eko ein. Er hat Klauen dann jetzt. Irgendjemand ihn. Obwohl, wer jetzt geht's? Wir haben Bravo, E ez. Ach, Scheiß, hier lieber. Feindliche, Feindliche Clusters schlag in er. Film jetzt Eko ein. Leute in der Welt! Komm, geht noch hoch, ne? Bitte kill ihn jetzt ja nicht, du Pastor. Er kann gerade den Gegner hoch. Ja, das Problem ist, ich kann da nicht rein, wo ich gut werde. Schwarzen ist ja wieder visiert. Sogar Kopfschuss. Muss unbedingt neben mir kacken. Lande noch mal. Kennst du Teamplay? Ah, ich bin direkt in der Raketen. Was für ein Schlachtfest. Sammelt die Toten ein und zurück zur Basis. Sammelt die Toten ein. Ich bin Level 22. Jetzt wird's angezeigt. Ja, hoff ich mal. Warum bin ich jetzt Level 1? Wir machen's gerade. Bis gleich. Und ist der eine Download jetzt fertig? Bis gleich. Nummer für Beine.